Also heute zeige ich euch wo unser Formel 1 Autos braut. Natürlich unser Mugello Fasini und Rudi aber dafür empfehle ich euch die Schnellreisefunktion. Manchmal hier, manchmal auf der Seite, manchmal hier. Dafür empfehle ich euch die Schnellreisefunktion. Daher selten zu finden ist sie unter fetten Schrummen, der steht da einfach mal rum. Durch einen Zufall trinkt sie, glaube ich. Nein Spaß. Daher sehr sehr selten zu finden ist und ja sehr viel Geduld haben ist. Nein, oh dich wieder da. Na klar, das ist der zweitschnellste Sportwagen. Der erste schnellste Sportwagen ist natürlich. Das allbekannter schnellste Sportwagen hier. Das kostet 3 ist es. Der Berndelon 3 Supersportwagen natürlich. Der zweitschnellste ist natürlich unser Mugello Fasino Duo. In Rot ist er einfach. Barber. Kann man jetzt mal sagen. Barber. Barbi. Spaß. Mach's da hin. Na ganz toll. Geh nochmal. Und da wir die Schnellreisefunktion sehr gut benutzen können. Können wir so oft spawnen wie wir wollen. Ich find dich noch. Nach meinen Reaktionen, Erkundungen. Spaut er hier. Und auf den Videos. Und. Da ist er immer wieder nicht. Und wenn er da ist geht, bitte nicht so schnell Leute. Da er sehr selten zu finden ist und er sehr viel Geduld haben muss. Ich empfehle ich euch wenn ihr den Auto habt. So schnell. Halb. Sehr schnell. Oder nicht so schnell lieber mal. Wie gesagt. So gar nichts zu bringen. Ja wow. Schneider sind wir zu mieten. Da 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 da. Batsucker natürlich. Na ja. Nein Spaß. Und das Sniper. Na na na. Sniperchieren versteck dich nicht. Okay nochmal. Wii U. Und. Nope. Habe ich jetzt mal Wii U gesagt? Ich habe Wii U. Na ja. Das kann Wii U raus. Verzichtet auf die Wii U bitte. Die Wii U ist scheiße. Und hier. Ihr könnt kein GTA ausspielen. Kein Just Cause 3. Kein BO 3. Und die neuesten Spiele. Zum Beispiel die neuesten Autoren Spieler. Da ist der. Geht doch. Hier späumt er. Da. Der Laster macht den Unfall. Und hier. War doch ein Trenner oder nein. Hier späumt er. Dann fehlt euch. So. Nein 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 nein. Das ist unser Auto. Dann empfehle ich euch. Stecken. Ab zur. Nächsten. Garage. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.